Laut dieser Studie ist Deutschland auf Platz 16. Dann könnt ihr ja locker über das Video hier wegsehen. Wenn es morgens um 6 an meiner Tür leuchtet und ich kann sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer Demokratie lebe. Ei, wir klären das hier und jetzt. Demokratie ist das der billige Biet, den ich euch bied, oder ist ein billiger Biet, der bocht wie ein Herz, doch nur macht Schmerz. Ich zähle auf Demokratie und ziehe vor Gericht. Alle wissen, ich habe Recht, auch wenn ich bin ein armer Spendt. Mit Treu und Glauben macht Demokratie und ziehe ich stolz gegen die. Die Mühlen mahlen, malen die Mühlen, wenn die Mühlen was wird gemalt. Was treibt die Mühlen an? Lobbyisten, Demokratisten oder gar Menschen mit jeder Menge Geldkisten? Mann! Acht Jahre sind vergangen, hab nur abgehangen, brauchte Entspannung, weg vom Stress. Ich kaufte mir ne Chica, sie hieß Alkoholika. Fickte mich wie ne Hure nass. Vor meinen Augen ein Schleier aus Wut und Hass. Familie, Arbeit und Freunde, alles war mir scheißegal. Ich will doch nur Recht und Ende der als armer Specht. Fickte mich höchern. Mühlen, die Mühlen, die Mühlen, die Mühlen, die Mühlen, die Mühlen, die Mühlen! kennen, aufgewacht in der Psychiatrie, aber gut, dass er dampft mich an der Batterie. So kann es nicht weitergehen, muss akzeptieren, muss tolerieren, muss zu einem liniengetreuen Soldaten mutieren, muss akzeptieren, die Leute mit dem Geld kisten, denn das sind die Demokratisten. Hi, ihr Helden der Straße, Bushido, Sido und alle sprechen die gleiche Sprache. Ich weiß heute, Demokratie hat mich beschissen und unterstützt nur Leute mit Geld kisten. Vom Katholiken zum Bouddhist, ich hab's gedisst. Es steht nicht wie fest, oder oft du auf die Frette kriegst, sondern immer wieder aufstehst und Anerkennung kriegst. Das Chor zum Sonntag wollte ich schon immer mal sprechen. Spart euch den Mann und hört den Milchmann. Spart euch den Mann und hört das Chor zum Sonntag. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal.